ok ok machen wir weiter weiter so viel blitzen schon erkundigen gehen ich weiß dass man viel erkunden kann im spiel ich weiß aber nicht mal da bin ich gekommen zu viele blitze hier habe ich nicht in der karte irgendwo das ist mein maus wheel das ist die gleiche taste logbuch kodex karte sehr hässlich da sollen wir nicht lang gehen also gehen wir dann mal da dann hoffentlich die schweine wir haben kirkland getötet einer ist da noch der kommt der kommt das war der letzte ich fasse es nicht dass das hier wirklich passiert hat kirkland es geschafft ein auto und wird noch habe ich glaube ich auch aufgepickt gott der mit controller keine vital zeichen sie haben ihn einfach kaltblütig ermordet sich ergeben wieso haben sie ihn getötet würden wir anders mit ihnen umgehen wenn sie plötzlich bis an die zähne bewaffnet auf der erde auftauchen würden wahrscheinlich nicht damit kommt eine friedliche lösung nicht mehr in frage das heißt sobald wir die anderen gefunden haben werden wir zurückkommen und seinen leichnam abholen ich hoffe nur grie ist noch am leben trotzdem sehen sie sich nur diese architektur an das ist einfach unglaublich das ist das ist merkwürdig selbst mit sowas habe ich noch nie gesehen es sieht aus als wäre es mindestens drei oder vierhundert jahre alt die archen sind vor 600 jahren aufgebrochen richtig was zum tollen da passen sie auf was ist das ok es ist tot was auch immer es war wie konnte es sich so tarnen ich renne einfach mal ein bisschen planlos herum das klingt doch gut für euch oder was denken sie ist tot was noch mehr möglichkeiten einen qualvollen tot zu sterben vielleicht kommen wir mit den jetpacks rüber er hat mich zum abgrund runter gezogen ja wer weiß wie man springt was da wohl drin ist hey nicht aufkommen haben sie das gesehen da war irgendein fliegendes ding schreiben sie es auf die liste der dinge hier die wir nicht verstehen ok mach ich ich mag den anfangsplaneten nicht der ist so unübersichtlich und goddammit die karte hilft doch nicht genau da waren wir ich glaube da muss ich den anderen weg nehmen gehen wir mal runter open goddammit ok 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 bei jedem neuen playflug fangen meine controller zum zicken an controller nummer 2 wo ich wahrscheinlich controller nummer 2 wo ich wahrscheinlich dann mir ein PS5 controller mal zulegen muss damit nicht alles immer hingeht kommt dieses kreuz von unten kommt dieses kreuz von unten äh alien götter der unterwelt sagen sie doch sowas nicht ich glaube das sind maschinen man spürt die vibration diese ausmaße wer hat das alles gebaut alien götter ja die äh die äh die ähm die göttere unterwelt die gaxis und so n gack hm gegen nuts das ist wahrscheinlich ein altern tiefer weg ui Oh, da drüben kann ich auch rüberjumpen. Warum nicht? Da wird ja ein Zerstörungsjump Nummer 10.000 reingemordet. Wuh! Ich dachte nicht, Mann. Ein Jetpack. Sie sind ja unser Aufklärungsexperte. Rhyme, da drüben ist eine Art Höhle. Oh. Der Jump. Ich kann nicht versprechen, dass ich hier alles machen werde. Schauen Sie sich das an. Das sieht schon eher nach der goldenen Welt aus, die mein Vater erwartet hatte. Wenn das Ding auch nur ansatzweise mit den Pflanzen in der Milchstraße vergleichbar ist, gibt es definitiv Anzeichen für zelluläre Mutationen. Er hat überlebt. Ich schätze, das macht ihm zum Alpha-Baum, was? Ja. Aber was ist aus all seinen Freunden da draußen geworden? Ein totes Tier. Gefangen in einer Art Falle. Und es ist noch nicht lange her. Ob die Aliens sie aufgestellt haben? Falls ja, sind sie zu niemandem, Matt. Oder sie sind am Verhungern. Okay, da ist der Kampf wieder. Waffe raus. Ah, Liam. Ich weiß nicht, ob ich dich... Ich weiß nicht, ob ich dich jemals auf eine Mission mitnehmen kann. Ja. Das ist für Kirkland. Was? Was ist für Kirkland? Alles klar bei Ihnen? Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ja, weil du dich nur versteckst. Weil du dich nur... Oh, wirft die Granate. Miserabel. Er wirft einfach mal... Blinkt eine Granate. Wow, Sie machen das ziemlich gut, Ryder. Ich habe ein Masseneffekt-Portal bewacht. Ich wünschte, wir hätten so eins für die Archen gehabt. Ich frage mich, was diese Kerle hier wollten. Sie sind offenbar abgestürzt. Das ist keines unserer Schiffe. Ah, Liam. Liam. Wo ist der Asketar? Das ist Navi's Gate. Denke ich. Von hier können Sie nicht stammen. Auf diesem Planeten wächst überhaupt nichts. Also schaffen Sie sie vermutlich von einer anderen Welt hierher. Das heißt, es gibt in diesem Cluster noch mehr von denen. Ätzende Vorstellung. Ich hoffe, ich bin wahrscheinlich gar nicht drauf. Nee. Irgendwas zum Scannen hier. Das wäre der andere Weg gewesen. Was sagt die Karte? Ach, komm da. Jetzt gehen wir zum Turm dann. Das Reisenfeld-Software. Viel leichter. Ein Weg nach oben. Linke Seite. Jetzt die rechte Seite wird erkundigt. Loot. Oh, dang. Was ist das? Eine ziemlich große Operation. Ich glaube, das ist für später. Verdammt, das Spiel ist unübersichtlich. Hören Sie das? Ja, Funkrauschen. Aber es ist ein Muster. Das Rauschen wird lauter. Ich bin nur in der Höhle. Neue Ritter. Ich verstehe Sie nicht. Ich komme aus der Milchstraße. Hilfe! Durchhalten! Gibt es denn, ich fing die Schulter wechseln? Ah, ja. Er hat es überlebt. Er hat es überlebt. Er hat es überlebt. Gott sei Dank. Ich habe an mein Mikro geklopft und gehofft, dass es jemand bemerkt. Geht es Ihnen gut? Ja. Wo sind die anderen? Kirkland ist tot. Aber Fischer lebt. Er ist bei der Absturzstelle. Er hat ein gebrochenes Bein und braucht Hilfe. Ich sehe mich nach Vorräten um und gehe dann zurück. Bleiben Sie dort, wenn Sie angekommen sind. Wir suchen das Shuttle meines Vaters. Viel Glück. Ich kann es kaum erwarten, von diesem Felsen runterzukommen. Ich bin genug toxisch, dass das einfach automatisch abgleicht. Ah, Mist, immer die falsche Kartentaste. Karte sagt's. Exploring time. Ah, ein Dindense Bauwerk. Hallo? Na ja, hoffen wir mal, dass niemand zu Hause ist. Ich glaube nicht, dass das überhaupt ein Zuhause ist. Okay, Käpt'n. Besserwisser. Rein da! Ja, hier lebt niemand. Welchem Zweck dient es dann? Es sieht nicht aus wie die anderen Strukturen. Das Design ist anders. Es muss doch einen Weg geben, das Licht einzuschalten. Ach, wir nehmen die Taschenlampen. Was soll das alles? Was machen Sie da, Ryder? Nichts. Kasten drücken. Verdammt. Das bedeutet nichts Gutes. Oh. Das ist ein Generator. Ja, klar. Warum auch nicht? Vielleicht hat er irgendwas gemacht. Von wegen, das bedeutet nichts Gutes. Merkwürdig. Wenn das Gift ist, weiß ich, wer schultert. Alles scannen. Mass Effect Scanning. Jetzt lang gab es das nicht in der originalen Fridopi. Oh. So. Hey, die Tür hat sich geöffnet. Ist das eine Art Forschungslabor? Möglich. Und dann hat es ein Tornado erwischt. Merkwürdig. Hört sie das? Sieht ab. Ah! Vorsicht! Astrid! Angeprässt? Daneben. Also jetzt auch noch Killer-Roboter? Ha! Den Gath zu Hause wird es hier gefallen. Oh. Was ist das hier? Wird da was gescannt? Da wird was gescannt. Ja. Da wird das durchscannen. Was auch immer das hier ist. Den Scans zufolge ist es alt. Jahrhunderte alt. Ich wünschte, wir hätten Sam. Es ist älter als das Labor. Aber ungefähr so alt wie der Bot, den wir gerade erledigt haben. Dann haben die Aliens es vielleicht weiter drinnen gefunden. Wie ein Artefakt. Irgendwelche Theorien, Aufklärungsexperte? Es gibt auf diesem Planeten irgendeine Technologie. Sehr alt. Unterirdisch. Und diese Aliens... Das Wetter ist immer noch schlecht. Achtung! Sie haben auf uns gewartet! Och, verdammt! Oh, bin ich jetzt weggelaufen. Sie haben einen funktionierenden Blitzableiter! Verfolgen diese Dinge uns? Fühlt sich, wir haben so ab! So gehe ich nicht unter! Das dürfte die kaum interessieren! Highgrounds achieved! Hopp, hier war auch. Winterformen, Highgrounds! Gravity is more me, mother, huh? Au! Das war der letzte. Wir sollten nicht warten, bis noch mehr kommen. Warten, Mord, okay. So, Karte sagt... Da drüben ist noch was. Verdammt, ist das unübersichtlich. Vielleicht schaffe ich's doch, alles zu machen. Wuh! Wart voraus! Das ist die andere Hälfte unseres Shuttles. Wahnsinn! Unfassbar, dass wir das überlebt haben. Noch sind wir nicht von dem Planeten runter. Scheiße! Bewegung in unserem Bereich! Das ist ein Hinterhalt! Och, verdammt! Sie haben uns überrascht! Noch mehr von diesen Tieren! Na also! Wir haben sie alle erwischt! Hier ist der Flugschreiber! Oh, viel wichtiger. Loot! Ich kann die Leichen scannen. Voor! Gott, das sagt! ich hatte es nicht das soll sich herauskennen mal gehen wir mal hier entlang so lebt er, habe ich mein Leben gehört wir wenden nett Achtung noch mehr unsere Freunde zuerst ok, doch zu den Freunden sie haben uns entdeckt, legen wir los die Luft ist rein, das war der letzte toll, die erste Spezies der wir begegnen will gleich Blut sehen tja, unseres kriegen sie jedenfalls nicht sie werden nur ihr eigenes Blut sehen leben nur ihr eigenes was ist das hier und schon können wir unendlich viele verdammt tue mir scannen hier den Bank müssen wir einfach nur die Tür scannen aber jetzt nach oben schauen wir nach oben uuuuuh uuuuuh nicht keine Ahnung keine Ahnung was soll ich hören mehr Schüsse mehr Schüsse da waren wir doch schon ja vielleicht haben wir alles da waren wir schon gut 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 und weiter hier die Welt durchskippen ich muss die Taste gedrückt halten für besten Erfolge ok wir nicht rein das schaut nach tot aus karte sagt links entlang weiter glaube ich der Sprung ist gut ach der Sprung ist gut ach ha ha schaut natürlich aus ja wir sind nicht freundlich wir sind unterwegs der Nachtpunkt ist markiert wir sind da sie versuchen uns festzunageln und sie machen das ziemlich gut erledigen sie sie der Speed Rider bin schon dabei da ist Speed Rider auf dem Weg suchen sie sich ihre Ziele davon gibt sie mehr als genug kommt raus nice ok das wäre geklärt oh Fähigkeiten Biotech was war gut was war gut Lanze hat mir gefallen für Nahkampf einen Lanze decken wir einen Lanze rein Lanze werfen und wahrscheinlich hm die anderen lässt ich mir noch durch die ähm ach die Granaten die er sowieso nicht trifft ach ach Gott da ist wieder viel zum durchlesen dann da ist viel zum durchlesen passt, 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 passt ist das Cora? ja gleichfalls Harry wie geht es ihnen? alle noch in einem Stück sie sind gerade rechtzeitig gekommen wo ist mein Vater? er wollte die Gegend auskundschaften während wir das Shuttle reparieren Raider beim Shuttle finden sie Waffen und Munition decken sie sich ein haben die Dinger überhaupt versucht mit ihnen zu reden? nicht wirklich sie haben einfach das Feuer eröffnet wie war es bei ihnen? wir haben ver... oh verdammt feindliches Schiff im Anflug in Deckung schnell da kommen sie in Deckung gehen rein lanzen sie haben echt Eier sie versuchen einen Abwurf nicht nachlassen ein Blitz hat ihr Shuttle erwischt Harry alles okay bei ihnen? Achtung da kommt noch ein Shuttle bei diesem Wetter? ich schätze wir haben ihre Aufmerksamkeit erregt sind das Hunde? hopp ich bin mitten in ihren Spawnpunkt ich bin hier ich lebe noch hier anwesend ich krieg diese Dinger nicht ins Visier ah ich mach schon keine Sorge ich mach schon es sind zu viele es ist noch einer es ist noch einer zu viele das reicht Liam er hat dann eben geschossen aber sie haben Kirkland getötet ich verstehe sie ja aber bleiben sie ruhig jetzt geht's mir besser was ist mit den anderen? Fischer wurde verwundet aber Greer ist bei ihm unser Shuttle wurde zerstört Leute sie ist verletzt Enteckung 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 Durchheiß Ich wusste nicht dass sie Biotikerin sind keine Sorge es ist nicht ansteckend vor dem Angriff konnte ich unser COM System reparieren das rettet uns das Leben ruhen sie sich jetzt aus Sam bist du da? Hofer Carling eingerichtet bestätige Ryder der Pathfinder will mit ihnen sprechen ein Glück dass es dir gut geht wie ist die Lage? Liam und ich sind bei Cora wir haben Verletzte die gute Nachricht ist unser Shuttle ist repariert wir können zurück zur Arche nicht bei diesem Sturm der Flug wäre zu riskant unsere Verletzten brauchen dringend Hilfe hast du nen Plan? das Problem ist der Sturm also lösen wir das Problem wir reden hier über das Wetter ja und ich habe eine Idee komm zu meinen Koordinaten dann verdammt sie haben mich gesehen Sir? Sir! Kommen sie beide allein klar? ich kann sie stabilisieren kurzfristig gehen wir nein ich gebe das Kommando ob wir gehen oder nicht Sam hast du die Position des Pathfinders? ich markiere den Nerfpunkt auf ihrer Karte sieht aus als wäre es in der Nähe beeilen wir uns wir müssen dort sein bevor der Sturm losbricht keine Umwege was wollte sich mein Vater ansehen? er hat versucht mir über diesen Turm herauszufinden nun laut Nerfpunkt ist er dort ganz in der Nähe seien sie vorsichtig die Sturmfront wird bereits intensiver schön dass du wieder da bist Sam wie wärs beim nächsten Mal mit guten Nachrichten lass den Arm Sam in Ruhe er macht jetzt sein bestes Ding was er kann ok Bauwerk Ba wo Balliwerk in Bollywood das hat nen Ball nein das heißt Bauwerk ups mein Fehler mein Fehler ok ich gewinn das Sachen ihr Vater steckt in Schwierigkeiten wir müssen ihn finden kein Stress der ist N7 der hat das total unter Kontrolle ich geh mir ein paar Sachen in mein Inventar anschauen bevon peace out